Jesus, ich hab was in der Hose für die Tim Für die Ich bin in deiner Hose Für die Tenny Die Frage ist, habe ich denn noch Munition jetzt bei mir? Ja, Munition hast du immer oben links dürfte das sein Du hast in englischen Munition, die füllst du auf, du kannst Munitionstaschen kaufen Ja, Munitionstaschen besitze ich Genau, die kannst du benutzen und dann Kannst du für deine Munition wieder aus So wie ich Mana Steine fressen, musst du mich Mana wieder herstellen Ja Muss ich auch was in der Hose für die Ja Okay Die ist ja dodgy Ja Einmal föhnen dürfen Aber die Performance lässt sich manchmal Ja Ja Keep ihm, keep ihm Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei mal, mein Ja Jo Ich bin dabei Ich bin dabei Wir haben sie gleich. Kommt sie in der Mitte? Nach außen. Alter! Voll reingelaufen. Fack, 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 wow! Ey, ich hab sie! Mendenbogen! Ja, komm her! Nein, sie lebt noch, sie lebt noch! Gib mir! Ja! Wette, wie war das? Ja, geil! Geteilter Triophtrophäer, halt. 2nd Try! Das muss so komisch aussehen, das sah auch bei mir auf PC so komisch aus. Das sieht aus wie... Keine Ahnung, Alter. Könnte ein Anime sein, wie das Fotografiker bei mir gerade aussieht. So komisch, ne? So rucklich. Ja, nicht mal unbedingt wirklich rucklich, das sieht so schlecht gezeichnet aus. Ich hab auch gezeichnet. Du hast gezeichnet? Ja, nur für dich. Du hast gezeichnet? Siehst echt nicht auf Kacke aus. Ja. Achso, okay. Digga, der Bogen, verliebt. Oh! Ich habe... Ihr habt Münzen bekommen. Geläute von den Münzen. Also wenn du Leuten Hilfs bekommst, dann kann man sich später in der Hub richtig geile Rüstung kaufen. Hier müssen wir in die Umbra Welt führen. Achso. Sorry. Brüder und Brüder. Du weibst uns und alle, die vor dir mit deinen Sorgen sind. Ich wünsche mir, dass sie nicht notwendig waren. Meine Wunschungen werden nicht verletzen, aber ich wünsche, dass meine Sorgenheit verletzt wird. Kommandant, die hat Füße. Ich spreche. Screenshots, Screenshots. Was kann ich jetzt hier noch machen? Wir können jetzt ganz schön hier rein. Dann haben wir hier ein Totem. Ja, perfekt. Ich habe hier noch eine Kiste aufgefüllt. Hier oben ist eine Kiste. Und dann geht es später, glaube ich, weiter. Wenn der Leiter ist, kann man irgendwo runterdrehen. Ich habe einmal Heiligen bekommen. Ja, sie sind sauber. Super. Kann ich eigentlich Sachen auch noch kaufen oder verkaufen? Ja. Muss man jetzt gleich. Achso. Perfekt. Das hier, mein Freund. Ist der Hub. Unser Jäger Hub. Der Traum des Jägers. Porn Hub. Joporn? Joporn. Joporn Bub. das hat und wenn man muss ja man sein mal leiden und schreiben danke für den tollen tipp du hast unser leben gerettet der dac für tipp ist echt super das ist der das ist quasi der ab bei dem da vorne kann ich kaufen verkaufen es gibt mehrere leute bei verkaufen kannst du kaufen ja hier ist eine frau bei der kannst du deinen dings aufwerten deine heilung bei orius and to think i went all to deliver forgiven i'm here so to whether by contain them should you bring them to the beacon and a dear fellow show our holy work continues bei dem hier kannst du rüstung kaufen das ist so der rüstungstyp rüstung und waffen das ist so der stärkste die ich auch ein ring vitalitäten beständigkeitsattribut das ist nicht schlecht ich bin eigentlich bei meiner rüstung bleiben ich fühle mich damit für die später noch bessere glauben wir morgen wenn wir morgen weiterspielen wir jetzt gleich ins blackboard ausprobieren morgen geheime passage zeigen die ich gefunden habe wo es richtig keine rüstung am ende gibt ich verkaufe jetzt erst mal ein paar sachen die ich nicht brauche ich presse jetzt erst mal ein paar steine und nicht diese seelensteine so kann ich das nicht drei level ups agilität die ständigkeit ist wahrscheinlich mit ausdauer aber ich will auch zweimal auf vitalität gehen schon mit der geredet mit dem typen hier das kann ich kaufen jetzt die idee ist auch schwerer die ist langsamer ja doch die skaliert auf geschicklichkeit ja und stärke das schwert macht wiederum cc auf beiden aber ist deutlich schwächer auch die achse ist leichter als die die ich um 0,4 das ist kein schwer das ist ein durch wenn wir hier in die umbrille welt gehen dann haben wir hier auch mal ein händler und zwar hier das ist da können wir unser film wir finden ab und zu finden wir die augen kaufen kannst du auch auf die augen können unsere lampe einsetzen um die zu verstärken zum beispiel dass wir zwei aufladungen haben und kann ich nicht ich glaube hier kann man sagen ich weiß nicht wo man mit dem schrecklichen was kaufen kann hier kann ich nur kommen was ist das denn eine skelettrüstung ich kann was spenden ich würde nicht spenden ja das mache ich schon bei nio ja das sind glaube ich die multiplayer währung wenn du jemandem hilfst einen boss zu töten kriegst du multiplayer währung ok dann geht es hier noch ran hier gibt es die richtige währung und hier ist auch noch mal so ein pfysen order 2 mit dem kannst du nicht handeln du kannst du reden und hier ist ein schrein an den du noch mal du kannst du nicht vielleicht geben die ein gutes item vielleicht geben die ein gutes item du kannst du nicht oder auch nicht oder auch nicht ok hier ist nochmal was anderes fragt mich nur wie ich in meine Welt zurückkomme ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich mich raus ich weiß wie ich mich raus mache ich warte interagieren oh kann ich doch nicht du hast gewacht ungemacht ja normalerweise steht dass ich dich töten kann ah das kann ich ehrlich jetzt kann ich auch mit dem überrissen irgendwas war verpackt aber würde ich gerne noch zweiten strahlen und wer bist du nicht aber handeln das war irgendwie gerade verpackt ja cool 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 und wer bist du ha ha not a use like the one i've learned all about that i hope you wrecking the truth of course my name but far more than has proven that's right would defy only to be betrothed so yolan give me the lamp bist du wirst 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 du doch die chance ich bewaren art wirst du wirst du weil ich runtergefallen bin und schlüssel hatte und dann trotzdem gestorben bin dann kurz mit den noch reden habe ich schon ja ich war mit dem reden da braucht 18 strahlen habe ich 100 jetzt hier das spielhandlung speichern die letzten 15 minuten